Das Villa Linda liegt in Giardini-Naxus in Sizilien und Liparische. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Villa Linda eine Weiterempfehlungsrate von 60%. 22 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 22 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,8 von 6 Sonnen. Service 4,7 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Gastronomie Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4 von 6 Sonnen bewertet. Hotel allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 3,8 von 6 Sonnen bedanken. Zimmer Akzeptable 3,6 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Unterhaltungs- und Ausstattung des Hotels Untertitelung des ZDF, 2020